So, liebe Freunde, das was wir jetzt haben mit dem Regen ist schon eine Unwetterwarnung in dem Sinne. Es nennt sich Dauerregen oder heftiger Starkregen, was wir jetzt haben. Man hört auch so gut wie keine Vögel mehr draußen. Der Regen, der wird immer schlimmer. Im Moment haben wir jetzt von jetzt bis morgen Dauerregensaison. Und heute bis morgens Dauerregensaison. Ab morgen soll es Wetter noch schlimmer werden. Mit richtig heftigen Starkregen. Und da soll noch Gewitter dabei kommen, vermutlicherweise. Und das hier ist heute der erste Anfang. In einigen Keller waren schon Hochwasser drin. In Großstädten und hier waren so auch ein bisschen in einigen Keller Hochwasser drin. Also im Moment ist es Wetter richtig heftig. Die Autos machen schon Aquac-Planning. Also das ist richtig eine Unwetterwarnung zählt das schon hier. Also liebe Freunde, wenn ihr rausgeht, seid vorsichtig. Weil der Regen könnte ja noch zu verschwemmungen führen. Die Flüsse sind schon voll mit Wasser und die Seen. Und ja, die Seen sowieso. Und die Bäche sind auch schon voll mit Wasser. Das könnten wirklich noch zu verschwemmungen führen. Es hängen, seid vorsichtig, Freunde, wenn ihr rausgeht. Was schaut man so schön? Metschte steht jetzt unter Wasser. Oder was? Ich höre kein Vögel draußen, gar nichts. Wo nicht mal der Taube sitzt auf dem Dach. Das ist schon krass, das Wetter. Wirklich krass. Manometer. Manometer. Der wird sich. Alle Mittwoch am Mittag. Es soll bis morgen weitergehen der Regen. Und dann morgen mit der richtigen und mit der Meinung dabei. Es nimmt man, das Regen, was wir jetzt haben, der Regen, was wir jetzt haben, nennt man auch Flut oder Flutartiger Regen, also Regenflut. Oder Flutregen, wie das heißt. Aus dem Regen kann wirklich die Flut entstehen, also Hochwasser, wie das heißt. Es ist in einigen Schroß hätten schon gewesen und hier möchte der Hochwasser in den Keller. Moment ich euch alle schnell Mittwoch am Mittag und sage mal wieder bis dann. Yeargraben in der Richtage. Amen. Vielen Dank.